Das hier ist eine Wetterstation. Das hier auch. Kleine Schriften und nicht beleuchtete Displays. Geht das besser? Diese Wetterstation hier ist beleuchtet und hat ein großes Display mit großen Zahlen. Sie ist gut, aber nicht perfekt. Schauen wir es uns an. Diese Wetterstation kann wahlweise mit Akkus oder mit einem Netzteil betrieben werden. Der Vorteil beim Netzteilbetrieb ist, dass das Display hier permanent anbleibt. Im reinen Akkubetrieb schaltet es sich nämlich nach 10 Sekunden ab. Um Strom zu sparen. Mit der Touchtaste hier vorne kannst du das Display in zwei Stufen dämmen, ausschalten und wieder einschalten. Zusätzlich verfügt die Station über zwei ausklappbare Standfüße. Zudem liegt hier auch ein Außensensor bei, der mit zwei AA-Akkus betrieben wird. Lege die Akkus ein und er verbindet sich vollautomatisch mit der Wetterstation. Um die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius umzustellen, gibt es hier einen kleinen Schalter. Beachte jedoch, dass der Außensensor, obwohl er IPX4 geschützt ist, nicht im Regen ausgesetzt werden soll und du solltest ihn auch nicht in der vollen Sonne montieren, denn sonst verfälscht das natürlich die Temperaturanzeige. Sowohl die Wetterstation als auch der Außensensor verfügen hier über solche Schraubeneinschübe und damit kannst du beides problemlos an der Wand montieren. Ganz wichtig, wenn du diese Station zum ersten Mal an den Strom anschließt per Agode per Netzteil, dann fängt sie an nach einem DCF-Signal zu suchen. Das dauert etwa 10 Minuten. Wichtig zu beachten ist, dass du während dieser Zeit hier keine Einstellungen über die Tasten auf der Rückseite vornehmen kannst und das Display bleibt in dieser Zeit auch aus. Der Blickwinkel des Displays, der ist hier wirklich gut. Ich kann das kippen und auch seitlich drehen und man kann die Zahlen trotzdem noch lesen. Um hier die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen, musst du die Tasten auf der Rückseite verwenden. Welche Taste was macht, ist hier in der deutschen Einleitung sehr gut dokumentiert. Drücke jetzt Pause und schau dir hier am besten rechts die Tabelle an. Du kannst hier zwei Alarme einstellen und ist ein Alarm aktiv, dann leuchtet das Glockensymbol auf. Der Wecker beginnt bei Alarm zu piepen. Das reicht zum Aufwachen aus. Die Taste vorne aktiviert den Schlummer-Modus, also auch Snooze genannt. Solltest du den Wecker nicht deaktivieren, dann schaltet er sie nach zwei Minuten piepen automatisch aus. Hier rechts siehst du noch mal alle Funktionen in der Übersicht. Das wäre zum Beispiel Mondphase, die Uhr im 24-Stunden-Format und da der wichtige Hinweis, die Zeitzone musst du für Deutschland auf 1 stellen. Dann Luftfeuchtigkeit außen und innen, der Luftdruck, Temperatur innen und außen, Batterieladestand, Wetterhersage und mehr. Drücke jetzt einfach Pause, wenn du es dir in Ruhe durchlesen willst. Wie funktioniert jetzt eigentlich diese Wettervorhersage bei dieser Station? Die misst hier den Luftdruck permanent, da speichert sie die Daten ab und mit diesen Daten macht sie dann eine Vorausberechnung für die nächsten 12 bis 24 Stunden. Diese Prognose ist allerdings nicht mit dem normalen Wetterbericht leicht zu setzen. Das ist etwas völlig anderes. Das sind professionelle Wetterdienste, die arbeiten mit Satellitenkarten, sehr vielen Daten und hochkomplexen Computermodellen. Also das ist nicht das, was die hier liefert. Für mich ein schickes Teil. Das Display ist permanent an und wirklich sehr gut lesbar. Das ist zum Beispiel auch für alte Menschen unter anderem sehr wichtig. Ein kleiner Nachteil ist die englische Beschriftung hier beim Wochentag und zwar hier unten WED zum Beispiel für Wednesday, also Mittwoch. Die andere Beschriftung hier auf Englisch, die spielt jetzt keine größere Rolle, weil es ist selbst erklärend und die liest man auch nicht. Man weiß, hier oben steht die Temperatur in der Mitte der Forecast und so weiter. Die Station hier und der Sensor, die können übrigens Temperaturen von minus 10 Grad bis 50 Grad messen. Zudem synchronisiert die Station jeden Tag von 1 bis 5 Uhr die Zeit, aber es kann sie nur, wenn sie am Fenster steht, denn da ist der Empfang dann dementsprechend gut. Allerdings kannst du die Uhrzeit auch jederzeit über die Knöpfe auf der Rückseite selbst einstellen. Diese Wetterstation wird nun einem Langzeittest unterzogen, denn sie steht in meinem Zimmer. Du weißt jetzt Bescheid, alle Links findest du wie immer unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Musik Musik Jammer Men Musik Musik Musik